herzlich willkommen youtube zu einer neuen folge horizon chase 2 mit das toni und mit it wieder einmal hallo wir sind wieder back we are back mit world tour japan in kanzai konsert der oberst moi pusto team i narita ist doch ja 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 seit ich weiß nicht jetzt weder die wenigstens mal Leichter werden die Felgen. Ich habe extra das Gummi, was da um die Felge drum ist. Das habe ich extra abgemacht. Das ist alles Gewicht. Ich persönlich feiere nur mit dem Gummi. Okay. Kein Bock auf Kinder, oder was? Oh Mann. Okay, let's go. Soll ich ganz rechts Platz machen? Nee, lieber nicht, ne? Nee, passt. Guck mal, wie die wegziehen. Alter, dass deine Karre so gepusht wird, nur weil ich eine Level-10er-Karre nehme. Ja, weil warum nimmst du auch eine Level-10er-Karre? Ja, du bist ein bisschen bevorzugt, ey. Ich fahre links. Fahre links? Oh nein. Oh nein, Alter, hast du mit den letzten weggerannt, glaube ich. Fährst du auch links. Alter, du bist am Eiern, ey. Bin ich am Eiern, ich bin vollgas. Einmal die Spur, Junge. Oh nein. Habe ich. Nee, hast du nicht. Oh, da ist einer voll in die Bande gefahren. Der Affe. Okay. Oh, mein Rücken. Äh, überall. Ja, ganz nichts habe ich, glaube ich, durchgekriegt. Mir fehlt da, glaube ich, eine. Okay, ich habe alle Nitros da gekriegt. Da fehlt mir noch einer. Oh nein, ganz rechts. Oh, da fehlt mir noch einer. Oh Gott, das ist hier. Ja, mir fehlen zwei, glaube ich. Wir haben nur zwei Runden, ne? Bei der nächsten Runde muss das klappen. Scheiße. Heißt, gleichzeitig auch noch eine Platzierung aufbauen. Ich fahre rechts. Ich werde nicht alle kriegen. Ich habe links ja gar nicht alle gekriegt. Oh, ich habe gar nichts gekriegt. Neu starten? Nee, ich mache erst mal die Platzierung safe, dann haben wir die schon mal. Na gut, ja, aber... Oh no. Oh, jetzt konnte ich die anderen nicht mehr kriegen, weil ich weggebounced bin. Erstmal die Platzierung safe. Boah! Oh, wir haben ja auch... Obst, Alter, ich habe wegen des Scheiß zwei Münzen, bin ich voll in so eine Säule gefahren. Ich kriege hier gar keine Münzen, ey. Ich heize so vorbei. Als hätte ich nicht besser gekonnt. Oh, ich habe Nitros und wieder gegen was gegen. Alter! Ja, ich glaube, ich habe drei oder vier Münzen nicht. Ich habe ganz schön viele nicht. Ja, drei Stück. Ganz viel nicht. Scheiße, ich wollte auf Neustart klicken. Machen wir gleich am Ende. Erstmal die einzelnen Schreckenzeile. Ach, das ist jetzt normal. Jetzt wissen wir ungefähr, wo es ist. Ja, wissen wir gleich immer noch. Jetzt müssen wir richtig doll aufpassen, weil das ist nur ein Kurs. Ja, also ohne Rundenanzahl. Danach kommt Zeitrennen. Hm, ja. Kann man mal so sagen, ja. Wenn das noch schwieriger wird, als was davor ist, ja, dann gut macht. Das ist so. Was davor war ja schon krank, Alter. Ja, das kurven gar nicht. Nee. Jesus. Jetzt zieht deine Karre von da. Oh, nee. Da hast du den direkt vor meine Nase gerammt. Ja, Mitte, rechts quasi. Ja, hab alle. Ganz rechts. Hab alle. Hab ich. Ich auch. Wir müssen am besten immer alle. Schöne von der Strecke geraten. Zweite von links. Mitte. Ja, hab ich. Ja. Ich bin so 20 Meter hinter dir. Oh nice. In echt. Und in ohne echt. Ich bin nur so. Nein. Okay. Jetzt bist du so einen halben Kilometer vorne. Oh nein, ich hab die nicht gekriegt. Nein, ich auch nicht. Mir fehlen da zwei Stück, glaube ich. Und da wurde ich weggerahmt. Ja, mir fehlen fünf. Ungefähr. Oh nein. Ich hab die gesehen, aber das ist die Kurve. Die war da so dumm. Ja, wir brauchen die scheiß Dinger eh nicht mehr. Nochmal fünf, bitte Mitte. Ja, wird mal erster, bitte. Fahr doch, du Kackgestalt. Was war das mit den Bildern hier, ey? Bin da voll das Rohrgegen gefahren, ist nichts passiert. Okay. Das haben wir jetzt mit der Kurve. Wieso kriegen wir jetzt für den ersten Platz nur drei Münzen links? Weiß ich. Keine Ahnung. Fakt das Spiel. Vier Münzen habe ich geschafft. Kofutlieferung. So. Okay, das ist gut. Nimmst du den ACE? Ne, ich nehme den Multi. Welchen Multi. Den Multi-Van. Hä? Ja, den Multi-Vitamin-Saft. Also ACE. Ja. So sieht's aus. Arashiyama. Zeit fahren. Let's go, Eike. Show me your power. Fuck, you buy the same car. Ey, voll auf dem Grünstreifen geschubst. Tolle Zeitrennen-Dings hier mit so einem Anti-Made. Mit Toni, ne? Hier kriegst du die ganzen Dinger jetzt nicht. Wetten? Ja, hab schon zwei Stück nicht. Really? Ja. Ich glaubte nicht. Ich hab's auf dem Grünstreifen gekommen. Scheiße, ich hab einen nicht. Fuck. Alter. Scheiße, da bin ich voll das Vorgehen gehauen. Oh. Ich sag, das werden jeweils nur eine. Äh, einzelne. Aha. Das war gut. Oh nein, warum Nitro ich? Da war so eine Plattform. Ich Dusselbeer. Egal, man muss einfach Nitro. Ja, am besten dann, wenn nix ist. Ja, da sind schon wieder diese Bilder hier. Ah. Super Zeit. Gold Zeit. 14,98. Egal, wenn man fertig ist, kein Bock mehr. Ah, wiederhole ich da nochmal. Danke. Hier wird nix wiederholt. Sicher. Rollfelgen. Nice. Trinitas. Uralte Stadt Rosaka. 60 Münzen, Toni. Ja, das ist nice. Drei Runden. 59 werde ich wohl kriegen. Hoffe ich. Na. Aber nicht nur 59 und die letzten dann tatsächlich noch liegen lassen, ne? Also 59 habe ich, reicht für heute. Ich fahre für beste Platzierung. Was? Also mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich das einfach nur noch durchspielen will. Diesen Cup und den nächsten. Dann haben wir World Tour durch. Feierabend. Aha. Ja, Toni wieder mit dem Cheater aufhören, wenn das bei ihm gepusht wird. Du machst ja doch das gepusht bei mir, klar. Nicht ich. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt einfach eine andere Karre genommen hätte und die Karre hätte könnte jetzt gar nichts bei dir? Dann wäre das eben so. Dann hätten wir gesehen, dass wir das nicht schaffen und gut ist. Ne, dann hätten wir es nochmal machen müssen. Ja, aber ich wusste, dass du mit den ACE fährst. Sowieso, habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber ich fahre nicht noch. Ich habe es nicht gekriegt. Ich bin voll mit dem Außenspiegel dagegen. Ah, der gehört aber nicht zum Auto bei dir. Das ist ein Anbauteil. Weißt du, ich habe 10 kmh mehr Höchstgeschwindigkeit als deiner und komme nicht hinterher. Was ist denn das? Haar, vernünftig. Alter. Da waren wir uns halt nicht mal einig, dass einer links bleibt. Alter, ich fahre nicht drauf. Na, nicht alle. Ah! Oh, no! Das war Karma. Weil ich gelacht habe. Zurecht. Instant Karma, ey. Also zurecht gelacht. So, jetzt habe ich das scheiß Nitro. Oh nein, ich bin aber ausgerichtet. Die einen Runde noch Zeit, um auf Erster zu kommen. Das soll ich ja wohl hinhauen. Ich finde Horizon Chase Turbo immer noch besser. Den ersten Teil, naja, locker. Safe ist ja besser gewesen mit Sprit einsammeln. Das ist voll richtig cool. Ich habe alle Münzen. Ja, weil, ne? Wenn der online gehen würde, würde ich den lieber spielen als den hier. Ja, auf jeden Fall. Der war definitiv besser. Guck mal, wie der Arsch Nitro. Der hat übrigens die Karre, die wir hier nach Japan kriegen. Oh. Nitro nochmal? Ne. Guck mir auch eine Münze. Och, scheiße. Nicht, wenn ich die Karre hier ramme, ne? Oh, fuck. Ne, wo findet man noch eine Münze? Wo? Weiß ich nicht. Also jetzt gleich kommt. Jetzt habe ich eine Karre gleich neben mir und die Münze nicht. Okay, habe ich überholt. Gut. Jetzt sagen wir, wo die Münze kommt. Da. Da kommt sie. Weiß ich nicht. Hab alle. Top, ich auch. So. 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 es war wenig anspruchsvoll ja viel war das nicht so nicht so aber war okay nun sind wir gut aufgeteilt da war das erste renn irgendwie beschissener das stimmt allerdings da hast du recht 60 90 xp kann sein wir durch ok super hokkaido ok dann danke fürs zusehen leute bis zum nächsten mal dann geht es weiter bei hock oder mit hokkaido und lasst gerne like da würde uns freuen haut rein